so hallo freunde ich bin zu mir da müssen wir mit voller absicht an die ostsee begeben das sollte man eigentlich immer machen aber es ist stur mal gesagt so wie man sieht das Wasser steht noch recht hoch das Wasser kommt noch gerade ein bisschen von oben wunderbar wir sind ja extra wegen dem Sturm heute mal hierher gefahren ist allerdings nicht so stark wie ich jetzt vermutet hatte wir nehmen jetzt hier gerade den unteren Weg an der Promenade hier könnte es schon mal passieren dass wir nassen Füße bekommen da kommt gerade wieder eine größere Welle oh scheiße ja ja das hat noch ein bisschen an die Füße erwischt aber gut okay ja Oh, wow, super. Du bleibst jetzt, oder? Komm her. Da bleibt die glatt sitzen, die Möhre. Die denkt bestimmt, sie kriegt was zu futtert, ja? Hä? Hä? Da bleibt die glatt sitzen. Ja? 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 Schneider am Kitesurfen? Ja? So. Boah! Ja? Ja? Da kommt der Herr. Ja. Dann sieht's aus. Ja. Da kannst du dich schon super auf Ströme machen. Weil... Ja, ein Stück vom Strand bleibt, aber nicht so viel. Jetzt werden wir mal den Rest des Strandes hier. Wo lieber geht's ja nachher. 91,5. Da muss ich irgendwas angespülen, was ich möge. So wie ein ganzes Wiesel. Haha. Ja. 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 Der Hoch des Meeres. Super. Der Weg ist verschwunden. Gut, der wird im Winter eh abgefaust, hier fahren wir nicht auch gut. Ja, da hinten regnet es, man sieht es. Pächer von da, aber zieht scheinbar doch ein bisschen mehr darüber. Da haben wir im Winter in vier Sternen, in fünf Sternen, glaube ich. Da wird gerade ein neues gebaut. Oh, sein Schirm liegt im Wasser. Jetzt hat er ihn wieder hoch. Jawoll, heute wieder knapps. Was? Was ist denn los? Ja, der will noch nicht. Ein bisschen unbrechbar, glaube ich. Sand? Ja, Sandsturm. Ja. Kommt da raus, der Kollege. Ja. Ich sag mal, bei den Wind, die Temperaturen sind auch nicht so hoch. Da hilft doch der Neopren nur begrenzte Zeit, ne? Da hilft doch der Neopren nur begrenzte Zeit, ne? Ja. Ja, jetzt ist es schön, wirklich ein Wunderbar. Ja, jetzt ist es schön, wirklich ein Wunderbar. Das macht Spaß, wenn man sich gar nicht in Gefahr bringen muss, ist das okay. Okay. Ist auch neu. Ist auch neu. Das ganze Ressort, da was wir da bauen, da diese Ferienwohnungen und Ferienhüpfen und so. Das ist ganz schwierig. Ja, natürlich. Ich bin da zu Füßen wohl. Das ist ganz wichtig. Füßen. Füßen! Also hier steht das Wasser für den Zimmer von 2,5 Meter höher als sonst. Wenn es kurz weiter runter geht, könnte es sein, dass man hier nass wird. Ja. Also nicht von oben, sondern von da. Wer drüber steht. So. Cool. Cool, cool, cool. So, jetzt sind wir gleich auf der Mole. Wir haben ein bisschen hart. Hier stirbt es ordentlich. Oh oh. Oh oh. Boah. Hahaha. 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 Ich habe zu kommen. Ja. Da ist die diminum. Um ein bisschen auseinander. Ah. Ich hab dich nicht mehr an. H баб. Ich hab dich nicht mehr an. Oh ja. Oh ja. Angere ich ein bisschen an. Oh ja. Ich hab dich nicht mehr an. Wir haben ein bisschen mehr an. Ich hab dich nicht mehr an. Ich hab dich nicht mehr an. Ich habe es nicht mehr an. Auch ein wenig nass geworden und schon wieder. Aber jetzt sind wir noch ein paar Schnellen dabei. Scheiße! Ja, da hat es mich dann doch erwischt. Aber salzig ist es. Eieieiei! Ach, du darfst filmen! Natürlich! Wohl! Dann war es das ja wert! Ja klar! Da hinten im Hintergrund vielleicht auch ein Regen hoch. Kaum wieder Strom. Da hinten im Hintergrund. Die Passat. Das kann man sehen. Das kann man sehen. Das geschieht. So kann es sein. So denke ich später machen. Ja. Dann fährt wieder einer raus. Butterfahrt. Ich bin mutig. Und nicht seenkrank werden. Das lässt gerade ein bisschen nach. Das war's nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 das ist noch reingemischt noch 3-4 Regen, so richtig Schutz und verlegt es gut wer scheint einiges anzuspülen, was den Löwen hier zu stecken scheint jetzt könnte man wieder nach Bernstein suchen jetzt sind wir da in dem Gemusel drin da ja ja Das ist ein paar Leute. Guck ihn. Sauer. Ach, da hat sich Fisch, guck. Au. Oh ja, kann ich gut durchsetzen. Ja, die hat den schönen Rock gefangen. Oder wo auch immer herbekommen. Haha, aus Angst. Die Angst ist doch größer als der Hunger. Dicken Dorsch. War ja dick nicht, aber Dorsch. Ja, das ist ja auch viel. Dicken Dorsch. Dicken Dorsch. Dicken Dorsch. Dicken Dorsch. Dicken Dorsch. So, Freunde, das war's. Ein kurzer Spaziergang an der Ostsee, an der stürmischen Ostsee. Nassen Füße geholt, Spaß hat's gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne ein Like zurücklassen. Oh, ja, auch keine Ahnung.